80 Euro kostet ein neues Rainbow 2. Das Qbot Smartphones bauen kann, habe ich schon in meinem letzten Review gezeigt. Das Rainbow 2 von Qbot ist simpel, aber stylisch verpackt. Auf Teilen der Verpackung sind erste Hinweise abgedruckt. Zusätzlich liegen noch ein paar Drucksachen dabei. Das Ladekabel mit Micro-USB und ein Steckdosenadapter. Das Rainbow ist noch einmal eingeschweißt, geht aber zu öffnen. Vorinstalliert ist eine Displayfolie, die auf dem Gerät bleiben sollte. Zusätzlich ist ein klarer TPU-Bamper um das Handy. Trotz seiner Dicke stört er nicht beim Bedienen. Für andere Smartphones kostet sowas um die 7 Euro. Schön, wenn es schon hier dabei ist. Ich habe mich für ein Blaues entschieden. Es gibt aber zusätzlich die Farben Weiß, Gold, Rot und Schwarz. Von der Verarbeitung her ist es hochklassig. Gute Druckpunkte der Taster und kein Klappern. Oder irgendein Grad. Oder irgendwas, was man bei 80 Euro erwarten würde. Nein, alles passt. So wie bei Geräten, die 10 mal zu teuer sind. Zum Öffnen fängt man in einer der Ecken an, die eine Freimachung hat und nicht am USB-Eingang. Der Akku ist fest verbaut und mit 2350 mAh groß genug, um über den Tag zu kommen. Zwei SIM-Slots, beide Micro-SIMs und ein Micro-SD-Karten-Slot zur Speichererweiterung finden sich im Gerät. Also boote ich mal das Android 7-Gerät, dessen erste Konfiguration absolut leicht geht. Vorinstalliert beim Rainbow 2 sind nur Google-Apps. Sehr schön. Ansonsten haltet ein Android 7-Betriebssystem. Aber was ist das? Gleich beim ersten Start will das Gerät eine Firmware-Update haben. Updates, das ist gerade in der Android-Welt selten und werden von vielen Herstellern nicht angeboten. Cubot zeigt auch hier Oberklassenniveau. Hier zum Größenvergleich das bekannte iPhone 6s, Rainbow 2 und Note S. Mit seinem 5 Zoll ist es sehr angenehm zu bedienen und in der Hosentasche zu tragen. Verbaut als Hauptkamera ein Dual-Kamera-System, welches überragende Fotos macht. Selbst zum digitalen Zoomen lassen die Fotos mit einer Auflösung von 13 plus 2 Megapixel Luft. Gegenüber dem iPhone 6s kann ich ohne Exif-Daten nicht sagen, wer welches Foto gemacht hat. Die Videoaufnahmen sind auch erstklassig und wurden von mir im Review der Blaupunkt-Navigation genutzt. Das verbaute IPS-HD-Display löst mit 720 x 1280 Pixeln auf und weist eine sehr hohe Blickwinkelstabilität auf. Auch ist der Kontrast toll. Selbst bei schwierigen Verhältnissen kann man was erkennen. Im Benchmark weist das Gerät, was nur 1 GB RAM hat, keine Auffälligkeiten auf. Und selbst Modern Combat 5, hier gespielt mit dem Games-Hier G3S-Controller, läuft flüssig. Und auch wenn im Alltag der Aufbau von Facebook und YouTube Pixar gehen könnte, laufen alle Apps gut und stabil. Die genauen Spezifikationen steht in der Videobeschreibung und auch alle weiterführenden Links. Für dich gilt es jetzt noch ein Abo dazulassen und einen Daumen hoch zu geben, wenn dir das Video gefallen hat. Denn nur so kann ich weitere solcher Videos machen. Für mich bleibt das Fazit. Mit dem Rainbow Two und dem Note S hat Cubot zwei Geräte um die 80 Euro im Markt. Das eine ein Fat Lab mit Power für eine Woche, jedoch einer schlechten Kamera. Das andere mit einer Tagesladung und weniger RAM. Dafür einer erstklassigen Kamera. Meckern kann ich an beiden nicht, da Preis-Leistung überragend ist. Das andere mit einer Tagesladung überragend ist.